So, herzlich willkommen zurück zu Annas Quest. Wir haben den Teufel vor uns. Hilfst persönlich, Digga, was geht? Lass mal Playstation zocken. Obwohl, was... oder wie Ju, keine Ahnung, was er hat. So, ich hab nichts falsch gemacht. Ich wurde eingesperrt, weil ich meinem Opa helfen wollte. Ich muss Winfried aufhalten. Ich weiß nicht, die Wahrheit oder nicht oder vielleicht oder warum. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Mal überlegen. 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 Hm. 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 Ich hab nichts falsch gemacht. Ich hab nichts falsch gemacht. Oh, ist das so? Ich wundere. Ich habe Angst, dass du Drakken schützt, die Schwerpunkte von Schwerpunkten schützt, die Schwerpunkte schützt, die Schwerpunkte schützt. Oh. Well, nein. Ich hab ihn nicht schützt. Ich glaube nicht. Und das waren die Gehäuser, auch. Die Schwerpunkte schützt. Wir müssen doch, hat doch, Reynard hat doch gesagt, wir müssen andersrum eigentlich denken. Aber gut, wir sprechen trotzdem alles durch. Und jetzt habe ich mich verraten, um zu retten, um zu retten, um zu retten, um zu retten. Aber Anna, jederzeit, wenn du gut versuchen, das Problems passieren. Aber ich bin... Ich habe... Wie kann ich retten, wenn ich etwas zu retten, um zu retten, um zu retten? Du musst mich weg, weil ich... Ich muss mich auf Winfriede, sie ist ein Trickster. An evil witch, mit... Wicked, evil plans. Vielleicht. Aber eine Queen zu sein, nonetheless. Und eine du versucht, um zu retten. Huh? Aber... Nein, ich wusste nicht, dass sie... Das ist nicht fair. Vielmehr, sie hat dich verraten. Du hast nicht verraten. Du hast sie verraten, aber sie... Sie hat eure trust gegründet. Hast du nicht ein bisschen... ... zu retten? Hm? Ich... 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 Ich habe nichts anderes, was ich sagen kann, doch. Well, well, there you have it. Perhaps after all, you aren't so innocent. No, please, just let me try again, please. Oh, come on now. You're making this all quite somber. Let's lighten the mood, shall we? Perhaps your freedom for a little wager? Anything, please, I... No, wait, you... You've been tricking me. Is this a trick too? Tricking? Why, I would never. I'll even have the administration begin to write up the necessary paperwork. Right away. I simply wish to indulge in a little riddle. A riddle? For my freedom? But, what if I get them wrong? I think it's only fair, considering the extent of my generosity. You might concede to staying here in my dungeons for a considerable length of time. Then it's a deal. And, ah, yes, I know just the riddle. If better, the devil you know, they say. Then tell me, Anna. What do you know of the devil? Huh? What do I know of you? Perhaps. It's not in my interest to assist you in a wager. Furthermore, if I were to make a meal of my finest, then what would my meal be? Wait. Two riddles? How... How can I answer these? They make no sense. Oh, but Anna. That is the very nature of riddles. Remember, a deal is a deal. But... How... What... Gah! Hasn't this been fun? I trust you'll need some time now to... Contemplate. I... Very well. Be gone with you. It seems like this letter is an order for a troll to be fired from his position and transferred. It says here, employee in question has joined forces with those that directly oppose the devil. AKA, the workers' union, where crimes against the devil, contractive position is to be terminated and transferred immediately to janitor-apprenticeship. Hold on. This is the troll who's guarding my cell. I encouraged him. He... He didn't seem so bad. He didn't deserve this. Beat. You know what fish... What fish? Is he... Talking in his sleep? Haha. How cute. Let's try this. Um... Excuse me, Mr. Troll. What do you know about the devil's finest meal? Hmm. Can't say nothing, say boss. He says... He says... Never save dead dogfish from the great North Sea. Hmm. Oh, definitely. I understand. Okay. Trökeln können wir wahrscheinlich immer noch nicht reden. Nigga, danke für die Blume, gell? Oh, hello there, young one. Ach was. Do you know anything about the devil's finest meal? Oh, I'm not sure. I did once hear some guards talk about that. I don't quite remember. Let me think. The devil's finest meal, you say? Hmm. An old horse's hoof. That's what the guard said. Ah, yes. An old horse's hoof. That's what the guard said. Wait, who said that? Eh, eh, heh, heh. Never mind, never mind. I should probably get going now, Mr. See if I can get all of us out of this place already. Oh dear. So weit sind wir schon. Be careful. Hmm. 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 It seems like this letter is an order for a troll employ for crime. Hold on. This is the troll whose guard I want. No. No way. Hmm. No way. I'm not letting the troll in this letter lose his job because of me. Hmm. Hi. Back. Yes. Do you have the group release form for me? Indeed. I've been asked to work on it straight away. Which I was doing before you interrupted. Oh, sorry. Well... After I finish amending it, a further 200 to 300 days of processing are required, before the form can be shipped out. That's ridiculous. My cell is about 30 paces from here. Can't you just hand it to me? Rules are rules, inmate. You don't deserve any special treatment. Ugh. The devil did this intentionally, I'm sure of it. He's such a... A... A big, fat, lying trickster. Such language. Now, if you'll excuse me, I have a group release form to finish amending. Hmm... Hmm... Good idea. Good idea, but it's too far up. I could pull something down, but there's a lot there. Maybe I should look and see if there's anything I want first. Hmm... 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 So weit sind wir jedenfalls schon mal gekommen. Puh... Zwei Sachen haben wir auf alle Fälle. So confident, I see. Very well. So then, Anna. If I were to make a meal of my finest, then what would my meal be? Hmm... 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 A dead dogfish from the Great North Sea. Is... That by any chance the meat for your dinner? Hmm... How? Hmm... Very well. I got it right? However, what spoon will I use? What... Spoon? Huh? Well... Well... Um... An old horse's hoof. Could that be used for your spoon? Maybe? Uh... No. No, that's not right. Sad to say. Oh! Uh... Of course. I knew that. I knew that. Just... Uh... Um... Testing you? Hmm... Right. How... Dubious. Next time you shall answer without fail. Could you repeat... If better the devil you know, they say. Then tell me, Anna. What do you know of the devil? Huh? Perhaps... It's not in my interest. If I were to make a meal of my fight... Hmm... Hmm... Very well. Eine dritte Sache brauchen wir. Eine... Dritte Sache. No talk. Only wait for your player. Oh. I'll be moving along then. Moving along. It looks pretty involved. I could pull something down. Hmm... Files for applications... Finance... Riddles... Bills... Wait... Riddles? Why is there a riddle category? Wait... Riddles... Riddles... Of course... Now I understand why they're here. Hmm... Interesting. Jeez... There are a lot of fun... Mostly it's just basic admin stuff. But why is there a riddle category? Wait... Riddles... Riddles... Of course... Now I understand why they're here. Hmm... Interesting. Hmm... Okay... Let's see here. Devil's finest meal... Devil's finest meal... Hey... You... Where'd you get that? Ah... Here it is. The devil's finest meal includes the... Rib of a whale? Hey... You... Hand that paper to me, Inmate... Now! Ah... Alright, alright. I mean, have we the answer, the we already had. Behind the desk. Safe from your grubby little hands. Well... I got one bed at least. Rib of a whale, huh? Wir ham das Rätsel... Wir ham das Rätsel... Lalalalalala... Digger! Mach die Tür uff! Ich hab Rätsel! Ah... Hello? Mr Double? Genau. Was? Spoon? Huh? W-well, um... The rib of a whale, could that be used for your spoon? Maybe? How? It's impossible. Uh, I have my ways. So, solved, right? Not so fast. You might have gotten lucky with that, but you could never know what my wine glass is to be. Huh, really? Geez. Okay, okay. Let me see. An old horse's hoof. That is surely meant to be for the wine glass, right? Right? I mean, I'm not sure why someone would use a horse's hoof of all things, but... Yes, yes. You are correct, Ana. Well done. Yes? Yes! Yes, yes, yes! Silence! I'm not sure how you did it, but you have solved the riddle. Well done. Uh, thank you, mister. Well, since you've somehow solved one already, the remaining is as follows. If better the devil you know, they say. Then tell me, Ana. What do you know of the devil? you have to do well... You have to do well... I don't know if you have to do well... ... ... ... ... Gut. Gut, das zweite kriegen wir auch hin. Kann man die kombinieren? Das da, das da mit dem hier? Ne, okay, gut. Hier, Kündigung. Du? Gut. Das ist eher so, dass der Troll jetzt viel mehr Geld für seinen Job bekommt und sich besser behandelt, etwas wie das. Oh, naja, die Noten für die Trollen ist. Das kann nicht helfen, ich glaube. Oh, ein Präziger, der kann dich helfen, mit einem Garten, der nicht lässt dich überlassen. Das ist richtig. Sorry? Ich weiß, was wir tun können. Ich lasse Wilfred jetzt die Lettere. Wilfred, ich... ich weiß, dass das bedeutet, dass ich ihn überlassen werde, aber... aber dann... Du bist sehr wunderschön, Yon-Won, aber du brauchst all die Hilfe, die du kannst. Es ist besonders mit... ihm. Ich mag das wirklich nicht, aber du bist richtig. Danke, Wilfred. Welcher Wächter? Was für ein Wächter? Puh... Oh. Und jetzt? Keine Ahnung. Anu? Oh, wow. Er hat bereits geblieben. Das war schnell. Oh, wer ist das? Ich fühle mich jetzt so schlecht. Ich weiß, dass ich den Mann in der Mitte versuche, aber... Es ist so, wie der Dävle gesagt hat. Im Endeffekt ist es nichts anderes. Alle diese anderen Leute, die ich sage, sind schlecht. Ich bin nur das Gleiche. Ja, geh mal rin. Hallo? Oh, was soll ich das? Was soll ich das? Was soll ich das, Anna? Ah, ja. Hallo, Herr. Ich habe dich gefunden, wie du sagst. Ich bin sorry, dass mir das lange dauert. Nein, du hast so gut gemacht, so sehr gut gemacht. Komm in, komm in. Ah, hallo. Es ist toll, dass du endlich dich treffen, Sir. Du, du bist ein... Ein Wurziger, ja. Ich bin so sehr glücklich, dass du nach all diese Zeit treffen, Anna. Ich bin Wurziger von Wunderhorn. Du bist der Wurziger von Wunderhorn? Oh, natürlich. Es hätte eine wirkliche. Es war ein anderes Trick von Wunderhorn, Frieda. Ja, mein Kind. Und ich habe so lange erwartet, dich zu treffen. Und jetzt? Jetzt hast du viel zu fragen, ich weiß. Und ich habe viel zu sagen. Ich mache euch einen Vorschlag. Wir machen das morgen. Die wahre Gestalt des Teufels herausfinden. Also ich sage mal, er steht jetzt da wie so ein gut gekleideter Gentleman, der jetzt gleich eine Versicherung verkaufen will. Aber... Ja... Ich stelle mir halt den Teufel vor mit Hörnern, rot-gelben Augen und wie halt der normale Teufel. Also... Aber wir müssen halt erstmal sehen, wie er wirklich aussieht. Mal schauen, wie wir das anstellen. Zur Verlinkung heute oben rechts meine Kollegin, die Lorica. Diesmal nicht bedroht. Und unten drunter gibt es dann Contrast und wieder einmal Infamous Second Son. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und mal gucken, ob wir dann morgen die wahre Gestalt des Teufels entfesseln können. Entfesseln? Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Ja... wandering auf! Upp. 1115 Uhr Imatischung. Imatischung 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 Untertitelung des ZDF, 2020